Moino, Freunde, und damit begrüße ich euch wieder herzlich zurück zu Super Mario 3D World mit dem Kaktus-Andy in dieser wunderschönen, blubberigen Welt. Wir sind immer noch im Wasser, in der Wasserwelt, aber die setzen wir heute dem Ende. Ja, wir haben wenig Wasser gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber viele Hüften und andere Dinge, die wir im letzten Part so diskutiert haben. Wuhu. Ah, guck mal, Hüpfparadies. Hüpfparcours Schlemmerland. Oh, natürlich. Passt natürlich zu Peach Hüften. Ach die Scheiße, wenn wir hüpfen. Oh nein, wir müssen beide zusammen hüpfen. Ja, warte, warte, warte. Auf drei? Ah, muss man sagen. Ach so. Oh, guck mal, ich kann hier gar nicht runterfallen. Uh, Glück gehabt. Das ist so eine Eilenwärmphase. Oh Gott, das ist doch fälliger. Oh Mann. Oh Gott, das wird mich jetzt schon fällig. Oh, Ochse. Oh, oh. Okay, warte, pass mal auf. Einer geht rüber, der andere bleibt stehen. Oder babbelt sich, wie auch immer. So einfach wollen wir uns ausmachen? Ja. So. Oh, weil so viele Tode können wir gar nicht schneiden, glaube ich. Also ich schon. Ich glaube, die Leute würden sich auch freuen. Oh, nee, also das ist jetzt nicht euer Ernst. Oh. Ist egal. Okay, warte mal. Ah, nee, das geht nicht. Ich geh nicht, glaube ich. Warte, warte, was? Was? Ich weiß nicht, was ich mache. Warte mal. Erst mal die Frauen sammeln hier. Okay. Ich habe gerade einen Sprung hier drauf. Vielleicht doch nicht. Doch. Kannst du auch oben drauf. Die stirbt doch dann. Achso, ja stimmt. Das ist ja eine doofe Pflanze. So, Jens, Jens Vorsicht. Du hast halt ein paar Feuerpflanzen noch da. Okay. Oh Mann. Ich geh rechts. Ah, warte, das lasse ich mal. Ja, genau deshalb. Ja. Ich geh noch totkriegen, da können wir bestimmt rein. Verdammt. Er hat's drauf. Das muss man ihm lassen. Ach du Scheiße. Ersthaft. Was machst du? Wo will ich denn jetzt hin? Du wirst die Ballen. Ah. Ich wollte da hochlaufen. Wait, what? Das hat jetzt nicht funktioniert. Warum? Die ist irgendwie in die andere Richtung gerollt. Können wir das nochmal resetten? Nö. Ich glaube nicht. Oder? Wie dumm ist das denn? Ich habe das nicht verstanden. Ich auch noch nicht hundertprozentig, deswegen bin ich hier runtergeschwungen. Ich hoffe, wir können es resetten. Ah, sehr schön. Probier nochmal. Okay, also. Ich spring jetzt mal nicht. Du müsstest jetzt nochmal springen. Und nochmal? Nochmal. Genau. Ach so. Nice. Wie noch? Darf ich, dass wir es nicht verstanden haben? Der erste Fail war aber schon. Ja, scheiße. Wir haben einen Stern verpasst. Was ist denn da los? Ich habe mich auch gepasst. Ja, wenn wir irgendwie schon einen Stern verpassen. Ja gut, dann müssen wir den Nachhol... Oh Gott. Viel Spaß. Ich spring jetzt nicht. Nein, ich bin tot. Nee, noch nicht. Okay, den dritten Stern müssen wir ohne mal holen. Alter, die sind richtig gut. Hier, hier. Warte, warte, ich komme. Nimm mir wenigstens Stempel mit, ne? Damit wir dich... Wie ganz so blöd. Ach, stimmt. Der sehen wir halt nur aus wie Loser, nicht wie Derbe-Loser. Ja. Aha. Okay, nehmen wir es so. Die Flagge haben wir auch schon, also... Also nur zwei Sterne noch. Den zweiten, oder den dritten, der dritte ist das, den würde ich nachher gerne mal probieren. Gerne, gerne. Ich nimm den nicht. Und den ersten müssen wir mal noch suchen. Der ist irgendwie verschollen bei uns. Ja. Ich hab den auch überhaupt nicht gesehen. Irgendwie, also... Die drückt, wo wir das Uni wohl hier ist. Um ehrlich zu sein. Knick. Dann geh mal wieder rin. Ja, warte kurz. Technische Schwierigkeiten. Oh, dieser Kumba. So, diesmal habe ich mich und du machst. Ach so. Nimm die lieber zum Pilz oder Tanuki oder so. Ja. Das ist der erste. Den haben wir nicht gesehen. Was? Hä? Wie kann das passieren? Können wir doch eigentlich gar nicht sein, oder? Bin ich der Meinung eigentlich, dass wir... Ich hätte mal was sehen müssen eigentlich. Wir sind schwierig für Sterne. Wissen... Äh... Sehen wir, wo die sind. Aber so ein Stern. Kein Plan. Schwung. Oh, schön, der Malawi-Plan in Bubble. Das mit dem Tanuki jetzt Spaß erlauben. Und glaub mir, du musst rennen. Ja. So, trieb dich um. Nein! Nee. Alter, das ist jetzt nicht wirklich... Nicht schnell genug. So, wenn du in der Mitte bist... Noch nicht durch das Grüne. Und jetzt stell dich mal da rauf. Genau, warte. Jetzt entbubble ich mich. So, Leute, wir machen es jetzt intelligenter. Genau. Äh! Warum springst du? Es tut mir leid. Wir machen es intelligenter, sagt er, weißt du? Okay, wir fangen jetzt zum Glück dort an. Und wir machen es gleich noch mal intelligenter. Alter. Das ist, äh... Wer hat mich getriggert in Grüne? Ohne Witz. Ahaha. Ich springe als letztes gleich einmal. Wenn du die anderen geholt hast. Oder nee, es war schon. Ich warte wieder, bis du da bist, falls wieder einer von uns abstürzt. Willst du oder ich? Warte, ich mach das, ich mach das. Ich muss ja den Stern jetzt immer hier langsam... Das Grüne hat mich getriggert. Ich denk mir, warum stürzt sie ab? Die Münze war so schön über mir und ich dachte so, ach komm, dann sammelst du die ein. Und ich hab aber nicht dran gedacht, dass es diese komischen Drehblöcke sind. Oh Gott. Oh Mann, ey. Ah, sehr geil. Schleichgang oder Schweinwerfern? Nee, Scheinwerfern. Nicht Schwein. Schein. Scheinwerfern. Alter, was ist heute los? Ah, das ist auch so ätzend hier, glaub ich. Weil die einen jagen. Die Katzendinger können uns gar nichts. Ich bleib mal groß, glaub ich. A kommt. Hm? Können uns gar nichts, sag ich ja. So, jetzt haben wir aber unsere Schweife wieder. Damit sollten wir überleben. Oh nee, wir müssen den mitnehmen. Wahrscheinlich. Für irgendwas würden wir den behaupten. Hm? Hm? Ja? Hm? Bitte. Nein, nimm mit! Ich konnte nicht. Ich konnte nicht gleich dazu. Alles gut, alles gut. In der Hand halten. Werf dir grad nix vor. Ah, da komm ich. Bubble, bubble, bubble! Hä? Spiel? Ja, hallo. Denk mir auch grad, hallo. Danke. Dass die Kamera endlich wieder auf mich... Ach, du Scheiße! Draus aus der Mitte! Da ist der Stern! Da ist der Stern, da ist der Stern! Da ist der Stern, mein ich ja. Au. Ja. Au. Nein, Scheinwerfer! Weg hier! Ey, der ist das zu. Ja, natürlich! Jo, jo, hallo! Oh Gott! Na ja, gut, wir haben... ...einen Stern schon mal. Und das war der Erste. Das ist also schon mal... ...gut, dass wir nix verpasst haben. Ja, ein Stern und ich fühle mich schon netto. Warte mal nicht, der ist ein Honk. Hä, was denn? Das ist jetzt nie so schlimm, die kleinen Kugel, wie die Kugel. Weißt du? Ja. Also, man kann auch hinter diese Mauer gehen. Oh mein Gott. Sie brauen die Kugel, wie die. Wir müssen da hoch. Da hoch. Was ist da hoch? Und dahinter? Hier, da müssen sie ballern. Sehr schön. Ja, effekt. Up in the box. Oh nein. Schnell, bevor sie alles kaputt machen. Du schaffst das. Ja, das ist sehr schön. Ganz gemütlich. So, wir müssen noch hoch. Irgendwie. Also, ich weiß nicht, ob wir da hoch müssen, aber da ist irgendwas. Aber ich glaube, wenn wir hier jetzt gerade einen Stern geholt haben, das wird da oben ja jetzt nicht noch ein Stern sein, oder? Noch? Oh, wahrscheinlich schon. Hättest du? Äh, komm nicht hoch. Du musst mit, äh, doch mit Stammattacke. Ja? Okay. Kirchbebummert. Ey. Warte, ich springe nicht auf dich rauf. Ey, du. Das war für Geld, oder was? Ja. Für Geld. Das war nur für Geld. Nur für die Kohle. Dafür tut Goomba alles. Der Goomba-Peach. Aber da passen die Hüften im Übrigen. Hm. So, hier müssen wir, glaube ich, mal kaputt machen lassen. Hier bin ich. Hier bin ich. Boah. Ich gehe mal nach oben. Boah. Boah. Scheiße. Bin mir runtergefallen. Und da ist es halt. Ja, ich hole mal Zeit. Ja, ich hole mal Zeit. Hier hinten. Ja. Sehr schön. Ja. Sehr schön. Ja, dann können wir ja jetzt ins Ziel. Fählen die uns hier nicht alles kaputt bomben? Oh ja. Ich hoffe, es ist auch ein Speil. Oh. Ach so. Und jetzt auch noch Beilen? War das nicht die Kasse eigentlich gerade? Was? War das jetzt nicht die Kasse? Nee, das war nicht die Kasse. Nee, das war doch nicht die Kasse. Nee, war das wirklich. Das ist jetzt nicht die Kasse, was wir gerade machen, oder so? Ich war gerade richtig verwirrt. Oh, ohne Witz. Das jetzt, wie wir beim Kasse. Schade. Oh, ein Stempel von mir. Ja, ja. Von einem kleinen Wicht brauchen wir auch einen Stempel. Ja. Wenn wir schon von der großen Peach mit den breiten Hüften haben. Gebärfreudiges Becken. Da unten musst du stampfen. Also, mehr oder weniger meinst du mit dem Stampfen? Nein. Stampfattacke. Einmal nach unten gehen, Stampfattacke machen. Nee, einfach nur A drücken. Ja? Ja, na klar. Beim letzten, bei der Röhre war es genauso. Ah, okay. So, und schon die dritte Bonus-Welt hier, ne? Oha. Ah, ich weiß, was das ist. Das sind Wege, die zurück zu anderen Welten. Hier kommst du zurück ins erste Level. Und hier weiß ich gar nicht. Ich glaub, das ist das nächste Versteck von so einem Feuerbruder. Oder? Oh. Ein Goldzug. Was ist denn das? Welche Welt ist das? Wie heißt die? Nee, wahrscheinlich ist das einfach nur so ein Ziegelsding. Guck mal, hier hinten jetzt sogar eine Weiche. Ah. Der Dart ist immer an einem Part sogar gestampft, ihr habt, ne? Weil ihr dachtest, da wer war. Stimmt. So, dann gucken wir mal hier rein. In unseren wunderschönen Goldzug. Aber das ist, glaub ich, nur ein Bonus-Level. Da kriegen wir nix. Also, keine Sterne, keinen Stempel und so. Naja, ich glaub ich nur, so wie das hier aussieht. Money, 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 money. Oh, ja. Und der Skull-Week-Root nur ein Bonus-Level, hab ich gehört. Von bekannten Quellen. Vielleicht kann Skull-Week-Root-Geld endlich sammeln. Erstmal ein paar Level-Wiederfahren. Kleben. Mein Nigger. Aber ich weiß ja, was so ein Hades ist. Das ist ja... War geil. Das bringt ja mal Spaß, oder? Ja, das ist ein echter Lieblatt. Don't miss it out. Ich bin soweit. Ähm. Ich will einfach nicht fragen, was ihr da unten macht. So macht euch zu Sex. Ja, so dachte ich, ich fiel gerade auf. Noch mehr. Ich wollte gerade einen Schluck trinken. Nein. Ich hab versagt. Ja, 300. Hatten wir auch noch nicht. Na vielleicht haben wir... Ah, Pixel-Luigi. Geil, da gab es Pixel-Luigi. Was? Wie? Da war ein Pixel-Luigi. Kann man die eigentlich einsammeln? Nee. War aber einfach da. Sie sind einfach nur da, ne? Ja. So, und das Level kommt nie wieder. Jo, ist das so. So, und hier kommen wir zur allerersten Welt. Du hast es nicht. Was ist denn eigentlich hier drin? War man was schon mal da? Das ist ein Pilzhaus. Im Endeffekt. Brauchen wir aber jetzt nicht. Nö. Ich glaube, wir sind ganz gut aufgestattet. Obwohl, haben wir jetzt überhaupt was? Ich bin klein. Na, wir werden schon was kriegen. Ja, das ist ja nur ein Castle. Ja. Das kann irgendwie schwer sein, ne? Ist ja echt nicht so, dass wir jetzt irgendwie ein schweres Level kommen oder so. Nein. König Klongs Castle ist das nämlich. Kastell. Kastell? Ich wollte gerade sagen, hä? Kastell? Kastell. Was ist denn die falsche Spiele gewesen? Oh nein. Das Ding habe ich gehasst. Wieso? Ach. Weiß ich auch nicht. Irgendwie habe ich es gehasst. Ah, ja, natürlich. Das sieht ja so schlimm aus. Jetzt läuft das Spiel wieder mit einem Sack Schrauben. Was ist denn so ein Viecher? Warte, ich gebe dir nur die Tanuki oder was da ist. Nein. Gebt es die Tanuki oder die Katze? Ich gebe nur die Katze. Ich habe genug mit dem dicken Schweif rumgearbeitet. Okay. Ich spring schon mal oder soll ich warten? Nee, ich warte. Jetzt springen. Okay. Nächstes Jahr, ich weiß. Oh Gott. Ich habe auf dich geachtet. Ja, Karma. Karma ist eine Bitch. Ich bin in der Nase. Mhm. Idiot, Alter. Ich bin voll auf die raufgesprungen. Oh. Alter, ich nehme die Krone nie wieder. Die tötet ihn. Ich habe die schon wieder. So. So, jetzt aufpassen. Ja. Sehr gut, ne? Du machst das schon. Ich hoffe. Ja, Mann. Warte mal. Kann ich reingehen? Aber hier ist nichts. Hier ist nichts. Ja, ich laufe in den Ding rein. Alles klar. Ähm. Was mache ich denn jetzt? Äh, genau. Ja, dafür muss ich sterben. So, ich bin durch. Ich war ein Footballer. Noch nicht. Er wurde aufgehalten. Ja. Trainer wandte wieder. Tja, das war kein Home-Rod, mein Freund. Das war ja ein Schuss in den Ofen. Ich glaube hier irgendwo. Eieiei. Eieiei. Ja, wir müssen mal. Bestimmt. Da ist er. Kommt er wieder? Mh, bestimmt. Ja, guck mal, ich höre der Glitz an. Nein, ich bin da raufgeschmackt. Nein, ich auch. Ah, es ist schön, dass wir beide so doof sind. Eieieiei. Achso, entschuldige, ich habe ja nicht gesagt, Start. Alles gut. Ey, wir müssen die Dinger machen, die so fährt hier im Kopf. Mich auch. Weil die so einen dummen Rhythmus haben. Stempel habe ich noch nicht gesehen. Stimmt, Stempel und Dings fehlen. Oh. Und wie fährt das? Wir waren blöd. Ein Stern, ein Stempel fehlt. Ach, der fehlt hier jetzt auch so kacke. Jawohl. Genau auf die Spitze gesprungen. So macht man das. So. Ah. Können wir das verarschen, oder was? Jetzt. Nice. Arschloch. Greif für dich. Muss ich mir aber jetzt so hart konzentrieren bei dem Gegner hier. Der ist nicht so einfach. Aber wir müssen noch einen Stern und einen Stempel holen, ne? Vielleicht haben wir ja Glück und der Stempel ist dort hinten. Komm, ich nehme dich mal mit. Ja, mach mal. Hier. Ich schmeiß dich hoch. Sehr gut. Das kannst du eigentlich. 2-D, 3-D, 3-D. Mann, das ist jetzt 2-D, 3-D. Ach, noch zwei. Ne, noch einen Stern und einen Stempel. Den holen wir uns auch noch. Thank you. You're welcome. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ich noch so viele Punkte habe, obwohl du den Endgegner eigentlich alleine getötet hast. Strange. Voll strange. Wir müssen es nochmal machen. Aber erstmal gucken wir, was die schöne Fee uns wieder bastelt. Ein schönes, langes Röhrenteil. Ich habe auch ein schönes, langes Röhrenteil. Oh Mann. Ich kann das nicht lassen mit meinem Pipi-Kakao-Moor. Heute nicht. Okay, wir sehen uns bei den Sternen und dem Sternfeld. Wir werden den finden. Ja, komm. Das ist ja jetzt nicht so schwer. Anscheinend ja, wir haben sie ja verpasst. Meine Batterie lässt nach. Ich muss mal eben meinen Controller einstöpseln. Warte mal kurz. Der Nanshack muss mal weg hier. War das hier hoch vielleicht? Hier eine hoch. Ja. Hier. Hier, Leute, gibt es den nächsten Sternfeld. Muss der irgendwo. Hallo? Hallo? Komm, Rufi, ich treffe dich nicht. Danke, ey. Oha. Und gleich brauchen wir noch eine Katze. Die zwei hier hinten. Warte, warte, stopp. Jetzt. Achso, Entschuldigung. Na, bin schon wieder viel zu spät. Alles gut. Alles gut. Spring. Ich komm nach. Und zwei hier hinten. Hier bitte nicht in der Box. Ja. Ich bleib extra hier stehen. Weil hier oben müsste uns der nächste Stern bedingeln. Und dann haben wir alle Sterne und alle Sachen zusammen. Nice, Stein. Da ist die Folge dann auch gleich vorbei. Was? Hm. Ich bin nicht mehr bis nach oben gekommen mit einer Katze. Was? Gut, dass wir die schon hatten. Ja, das stimmt. So, da war das Dämpel. Gut, Freunde. Dann würde ich sagen, lass doch, wir haben es vergessen, wieder einmal mit dem Liken. Dann lass doch jetzt ein Like da und ein Abo. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder in die, oder wenn es in die sechste Welt geht. Also bis denne und schau. Bis denne. Tschüss. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017